Hallo, wir haben wieder fleißig gelesen und einige Bücher wollen wir euch direkt vorstellen, weil wir die sehr, sehr gut fanden und vielleicht auch was für euch dabei ist. Bei mir ist es von Veronika Peters Die Dame hinter dem Vorhang. Das ist so eine Romanbiografie rund um Edith Sidwell. Die kennen wahrscheinlich viele von euch nicht. Ich wollte gerade sagen. Die war eine englische Exzentrikerin, muss man sagen, die auf einem englischen Adelssitz geboren wurde, so um 1870 rum, sehr früh sich begeistern konnte für mittelalterliche Lyrik, überhaupt für große Dichter und Denker Englands, aber einen Makel hatte, der ihr vielleicht aber dazu gereichte, wirklich berühmt zu werden. Und zwar war sie nicht sehr hübsch. Ihre Eltern haben sie versucht zurecht zu biegen, tatsächlich in so eine Art eiserne Jungfer gesteckt und eben versucht, sie zu einer heiratsfähigen Frau zu machen. Aber es hat nicht geklappt, weder optisch noch vom Charakter. Sie war einfach immer ein Freigeist und prädestiniert, was Besonderes irgendwie zu werden. Und hat dann nachher ihr Aussehen fast genutzt, um sich darzustellen. In Großbritannien war die sehr bekannt in England mit ihren Brüdern zusammen. Hat da wirklich Shows abgezogen mit großen Gewandungen und sich auch ein bisschen inszeniert manchmal als die Person, über die sie geschrieben hat. Unter anderem hat sie über Elisabeth I. geschrieben und auch, das ist ein Buch, was ich noch lesen will, Queen Victoria. Über das Schreiben an diesem Buch wird auch in dem Buch berichtet. Ganz großartig, also auch diese Berührungspunkte, die sie in ihrem Leben hatte, auch mit Marilyn Monroe, Cecil Beaton, dem berühmten Fotografen. Also man lernt die ganze Heiß-Society über sie kennen, aus der Sicht ihres Dienstmädchens, die in zweiter Generation für sie dient, die aber eben auch persönlich sehr eng mit ihr verbandelt ist. Und eben dadurch lernt man Edith von einer ganz menschlichen Seite auch kennen und auch so ein bisschen die Gründe, warum sie sich vielleicht so sehr dargestellt hat. Also ganz, ganz toll. Es macht unglaublich viel Spaß, mit einer Exzentrikerin mal ein paar Stunden zu verbringen. Klingt sehr interessant. Ich habe ein Buch gelesen, das ist gerade auf Deutsch erschienen, ich habe es allerdings auf Englisch gelesen, von Benjamin Meyers' The Offing. Das heißt auf Deutsch, das offene, die offene See. Das offene Meer. Die offene See. Die offene See. Wenn man es nicht vor sich hat, ne? Ich meine, man guckt es vorher noch mal nach. Es ist bei Dumont erschienen, hat dann ein wunderschönes Cover. Das hier, also geht so. Du findest es ganz schön? Ich meinte gerade, das sieht schon sehr nach 50er Jahre aus. Vielleicht kennt ihr diese fünf Freundebücher von Edith Leight, die sind so ähnlich illustriert. Ja, also es passt auf jeden Fall. Aber das andere, das müsst ihr euch mal angucken, ist wirklich sehr schön geworden. Spielt nach dem zweiten Weltkrieg und es geht um den 16-jährigen Robert, der aus einer Arbeiterfamilie, auch aus einem Arbeiterort kommt und jetzt, bevor er sozusagen richtig anfängt einzusteigen, also ich glaube, der Vater arbeitet in einer Mine, da auch in die Mine zu gehen, will er noch mal was erleben und läuft los und geht wandern und möchte das Meer sehen und möchte irgendwie die Menschen kennenlernen an der Küste und hat eigentlich einen langen Weg vor sich und trifft aber in einem kleinen Dorf auf eine exzentrische Frau, Salci, die sehr abgeschieden wohnt, schon sehr alt ist und ihn so einführt in die Genüsse des Lebens. Also sie kocht ganz toll, macht ganz tollen Fisch und macht ganz tollen Tee und schickt ihn immer los, irgendwas zu suchen und sie macht da was Tolles draus und er hat noch nie so gut gegessen und so gut getrunken und gibt ihm auch Lyrik zu lesen, was er vorher noch nie denkt. Auch er kann, er hat nicht den Kopf dafür, er kann das nicht verstehen und aber er fühlt das direkt und sie merkt, dass das er so ein ganz Besonderer ist und dass er sie irgendwie noch so ein bisschen formen kann und er kommt da gar nicht so richtig los und bleibt dann da erstmal und hilft ihr eine Hütte wieder herzurichten und findet dabei, was auf ihr früheres Leben schließen lässt. Und das ist total schön gemacht, es ist so ein irgendwie wundervoller Sommer, so eine besondere Freundschaft zwischen einer alten Frau und einem jungen Mann und was da noch herausgefunden wird, ist auch sehr, sehr spannend. Also es hat mir sehr gut gefallen. Hast du mir jetzt auch richtig Lust gemacht. Ja, also es ist wirklich schön. Es ist an manchen Stellen so ein bisschen hart am Kitsch vorbei, aber das ist ja auch mal ganz schön. Das machen wir so ein bisschen englisch unterwegs. Ein Buch, das in London spielt. Drauf steht Roman. Ich finde, das könnte auch Thriller sein, weil niemand sie sah von Lisa Jewel. Da geht es um das Verschwinden eines jungen Mädchens namens Ellie, die mit kurz vorm Abitur oder A-Level in Großbritannien verschwindet. Sie war eine super gute Schülerin und eigentlich gibt es keinen Grund zu vermuten, dass sie flüchten wollte vor den Prüfungen, hatte auch einen Freund gerade in der Zeit. Sie ist weg von einem auf den anderen Tag. Und diese Geschichte erlesen wir aus zwei Perspektiven. Einmal eben, wer ist überhaupt Ellie gewesen? Was ist so nach und nach passiert? Und aus der Sicht ihrer Mutter, Laurel, die 15 Jahre später einen Mann kennenlernt, zufällig in einem Café, der sich so zu ihr setzt, dann nach und nach eben sein Leben näher kennenlernt und auch seine Tochter, die aussieht wie Ellie. Die ist jünger, aber sieht ihr verblüffend ähnlich. Und so entspinnt sich dann nach und nach eine große, sehr düstere Geschichte, was damals geschah, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also es ist wirklich für Krimi-Leser, die nicht gerne blutige Krimis lesen, aber wenn man einfach mal Lust hat, an einem Tag ein Buch durchzulesen, nehmt das in die Hand. Das ist großartig. Ist ja auch kein Kommissar, der irgendwie ermittelt, sondern geht es also eher so willermäßig. Genau, im Prinzip ermittelt Laurel, aber es fügt sich nach und nach zusammen. Aber man kommt auch irgendwann auf eine gute Fährte. Also es ist nicht jetzt so ein Who-Stunit-Buch, aber wie das wirklich alles zusammenhängt und was es für Abgründe gibt in den einzelnen Protagonisten. Die sind alle irgendwie nicht ganz koscher. Das ist ganz großartig. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde von Lisa Jewel jetzt noch mehr lesen. Die ist in Großbritannien schon sehr bekannt. Im Deutschen gibt es erst zwei Krimi-artige Bücher von ihr. Der Fremde am Strand. Das ist das, was ich als nächstes lesen will. Also großer, großer Tipp von mir. Wir bleiben in England. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Girl, Woman, Other von Bernadine Everisto. Die hat letztes Jahr zusammen mit Margaret Atwood den Book-Up-Price bekommen. Das ist ja, glaube ich, vorher noch nie vorgekommen, dass zwei sich den teilen mussten. Wie beim Nobelpreis neulich auch mal. Margaret Atwood hat ja den zweiten Teil von Report der Markt geschrieben und dafür den Preis bekommen, was ja ziemlich erwartbar war. Und alle hatten aber eigentlich für dieses Buch, wollten wir, also hatte ich so in der landläufigen Meinung so mitbekommen, dass sie wollten, dass dieses Buch gewinnt. Und das hat es auch wirklich verdient. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es sind quasi kürzere Geschichten, die sich aber so zu einem Ganzen zusammenfügen. Über zwölf Personen. Elf Frauen und eine nicht-binäre Person. Das fand ich ganz spannend, dass das Kapitel dann mit They geschrieben wurde, aus der Sicht. Das habe ich sonst noch nie gelesen, fand ich sehr spannend. Und es erzählt quasi, wie diese Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen sich verhalten und sich irgendwie anders entwickelt haben, als es vorher gedacht war. Und es ist ganz spannend, so zu lesen, wie dann mal eine Mutter vorkommt, ein paar Geschichten weiter die Tochter dieser Mutter und man dann die Mutter noch mal aus einer anderen Sicht sieht. Und es geht eben besonders um schwarze Menschen, schwarze Frauen in England. Und auch Amerika kommt glaube ich auch vor, einfach was sie für Erfahrungen machen. Und das finde ich wirklich ein sehr gutes Rundum-Paket sozusagen. Also hat wirklich viel Spaß gemacht zu lesen und war sehr informativ. Ja, dann habe ich noch ein Buch. Es sieht leider nicht mehr so schön aus, aber das ist ja manchmal so, was ich beim Bücher sehr gerne mochte, von Charlotte Roth. Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit. Langer Titel. Es ist über Michael Ende, auch das eine Romanbiografie, allerdings fast noch mehr ein Roman, weil Jahreszahlen gar keine Rolle spielen. Es ist jetzt rausgekommen, letztes Jahr wäre Michael Ende 90 geworden und aus diesem Anlass hat Charlotte Roth in Zusammenarbeit mit einem ganz engen Vertrauten von Michael Ende dieses Buch geschrieben. Es zeigt ganz deutlich eben so, warum Michael Ende bestimmte Figuren hat entstehen lassen. Also am Anfang lernt man erst mal seine Eltern kennen, noch vor seiner Geburt. Auch ganz tolle Szene, wie der Vater eigentlich eine Geliebte, eine Freundin, die aber noch minderjährig ist und von den Eltern nach Bayern versetzt wird quasi, dass sie keinen Kontakt mehr hat zu Edgar Ende, ein unbedeutender Maler zu der Zeit und dann wegen eines Regenschauers in so einen Antiquitätenladen reingräht und da ist eben dann die zukünftige Mutter von Michael Ende und die beiden kommen gar nicht mehr raus aus dem Gespräch und heiraten ganz kurz danach später. Auch das ist schon irgendwie sehr, ja, romanhaft, sehr märchenhaft fast schon anmuten und ohnehin diese ganze Kindheit von Michael Ende ist gespickt von Fantasie, von diesen besonderen Eltern, eben dieser surrealistische Maler und diese sehr kreative Mutter, die aber den Laden auch irgendwie zusammenhalten muss, weil der Vater mit seinen Bildern nicht gut Geld verdient. Es geht dann weiter nach München, wo er dann später aufwächst, die Ehe der Eltern immer mehr zu kriseln beginnt und vor allem auch dann die Nazis die Herrschaft übernehmen. Und das fand ich ganz spannend. Wir verstehen nach der Lektüre des Buches, woher die grauen Herren kommen. Das sind nämlich eigentlich braune Herren. Der Vater hat nämlich immer von den braunen Herren auf der Straße gesprochen und so weiter. Also ich will gar nicht ganz tief eingehen. Auch nachher, Momo ist ja in Italien entstanden, wo er auch lebte. Auch dieses, das machte für mich auf einmal Sinn, warum Momo in einem Amphitheater wohnt. Das hängt alles mit seinem Leben zusammen und es macht unglaublich viel Spaß, das zu lesen. Es ist eine wunderschöne Sprache, auch eine Sprache, die ohne dass es gekünstelt wirkt, trotzdem sich so anlehnt an diese ganz besondere Bildgewaltigkeit der Sprache von Michael Ende. Also ganz großartig und einfach auch für sich ein wunderschöner Roman, selbst wenn man mit Michael Ende bisher gar nicht viel zu tun hatte. Ja, das passt jetzt eigentlich auch wieder ganz gut. Also ich bin immer noch in England, aber bei mir geht es um Shakespeare und auch einfach, also ich fange mal neu an. Es geht um Shakespeare und ich bin auch in England. Und es ist auch eine Roman-Biografie, also es ist nicht wirklich das ganze Leben von Shakespeare, sondern eher die seines Sohnes Hamlet, die erzählt wird. Genau. Hamlet und Hamlet ist anscheinend der gleiche Name um die Zeit und ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe ungefähr die Hälfte gelesen und bin schon ganz begeistert. Das Buch wird im Herbst auch auf Deutsch erscheinen. Judas und Hamlet wird es heißen. Das sind nämlich die beiden Zwillinge von Shakespeare und es geht darum, es wird ein Tag im Leben dieser beiden beschrieben. Ich glaube, sie sind elf und einer von den beiden wird diesen Tag nicht überleben. Und das ist sehr spannend gemacht. Es wird eben verfolgt, wie die beiden diesen Tag erleben und zwischendurch wird aber erzählt, wie Shakespeare seine Frau kennengelernt hat, wie sie die Kinder bekommen haben, wie er sowieso aufgewachsen ist, wie er nach London gegangen ist, seine ersten Stücke geschrieben hat, seine erste Lyrik, seine Sonette geschrieben hat und dabei wird dann immer wieder erzählt, wie diese beiden Kinder den Tag erleben und man fragt sich, wer stirbt und wie passiert ist. Und das ist total spannend und wirklich auch total toll geschrieben. Also ich war von den ersten Sätzen schon gleich total begeistert und bin auch total begeistert von dem Cover. Ja, es leuchtet richtig. Es ist richtig schön. Obwohl es diese große englische Ausgabe ist, die ich eigentlich immer nicht so gerne mag, es liegt total schön in der Hand und es hat auch diese weiche Samtoptik. Ich finde es ganz toll und ich glaube, das deutsche Cover wird auch ähnlich aussehen. Finde ich auch immer sehr wichtig, dass es schön ist. Und also ich glaube, das wird ein Jahreshighlight von mir. Klingt sehr gut. Werde ich mir auch schnappen, wenn es auf Deutsch raus ist. Ja, also sehr England-lastig. Wir hatten auch ein bisschen München. Ja, manchmal passiert das so. Was habt ihr denn gerade Neues entdeckt? Das würde uns auch interessieren. Genau und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.